Hörra! Englisch Ferien, breitseits! Nein, Hausarbeit. Monika, du bist dran mit Bügel. Anja, du machst dein Abwasch. Ach nein, das ist so langweilig. Ich war kein Haus so weit. Ich wollte denn nur einen Mutti-Film schauen und malen. Mit Brügen. Ich weiß, ich will Fußball spielen und Musik holen. Warte mal, ich hab auf eine Idee. Anspielen! Hier rüber! Du hast du zwei Späcke gefallen! Ich bin der DJ! Was soll ich ihr hören?! Oh Mutsi, warum isst du immer Uhren und kein Popcorn? Hey, ich mache ein Selfie. Guten Morgen meine Damen und Herren und willkommen zur Tagesschau. Wir haben heute den seltsamen Nachrichten gebrochen. Es gibt eine neue Instanzation. Der letzte Streit. Es nette Freireite. Freiseite und Hausarbeit zusammen. Es ist jetzt weltweit ein Streit. Jugendliche, die wir all verbinden, ihre Hausarbeiten im Westen. Alle wollen die Morden mitmachen. Hala, endlich sind wir fertig. Freiseite. Nein, jetzt gibt es Schularbeit. Aber Mama, ich hasse Hausaufgaben. Lasse, ich habe eine Idee. Lasse, ich habe eine Idee. Okay. Musik Musik